Leute, die mittlerweile einen Heiratsantrag bei einem Taylor Swift Konzert bekommen. Es ist mittlerweile einfach ein Trend, auf einem Taylor Swift Konzert zu heiraten. Leben und leben lassen, leben und leben lassen, leben und leben lassen. Obwohl ich selber sagen muss, dass ich da auch jedes Mal fast losheulen muss. Ich finde das irgendwie voll sweet und rührend. Oder...